Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Ich habe jetzt geschlafen und ja, wir sind fast am verdursten, verhungern. Ähm, ja. Feier machen. Ich habe jetzt da mal Tinder reingepackt. Das konnte ich reinpacken. Ich glaube, Lauf ging ja nicht. Tinder. Das sollte auch gehen. Jetzt haben wir eine Wahrscheinlichkeit. Ohne das Öl, das war auch Zufall, als ich das gesehen habe. Ich dachte nämlich, das wäre Pflanzenöl oder so ein Scheiß. Ach, keine, auf jeden Fall nicht so ein Öl zum Anmachen, aber ist egal. Äh, 60%ige Wahrscheinlichkeit, dass das Feuer angeht. Und damit sind wir bei 160. Zack, und jetzt brennt das süße Feuerchen. Ich weiß bloß nicht, wie lange das da bleiben sollte. Jetzt müssen wir mal ein Schlückchen trinken. Trinken brauchen wir unbedingt, ey. So, trinken, trinken, trinken. Dann brauchen wir das Wut, einfach Wut und Nägel und den ganzen Arm. Ich baue das jetzt einfach mal. Nägel hat man doch auch. Nägel, 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 Nägel. Das ist eine Axt. Ich habe hier noch erstmal leer. Ein bisschen Nägel reingeschmissen. Ja. Äh, davon braucht man nur was. So, der Act. Oh, schon gut. Ähm, wie kann ich das ausmachen? Ähm, habe ich noch Hunger? Oh ja. Geht. Oh, jetzt sind wir auch recht. Alter. Das ist doch unnatürlich. Wie viel Hunger hat der auf einmal? Hallo? Spiel? Rede mit mir. Ah, jetzt kann ich wieder. Okay, Interact. Mach das da runter. Okay. Ähm, jetzt haben wir wirklich ein Wasserproblem. Ich kann... Irgendwie spinnt mein Menü gerade. Jetzt kann ich drinken. Okay. Oh, die Cola zieht durch. So, dann packe ich, wenn das Feuer eh an ist, das Fleisch auch nochmal drauf. Die Gedärme, jo. Was mache ich mit den Gedärme? Ich lege es erstmal in den Schrank. Das macht man doch ganz klar. So, ähm... Oh, da habe ich ja mal Abstand gehabt. Naja. Belege, bauen wir das hier. Bauen wir das raus. Bauen wir hier, hier ist Sicherheit. Ich baue ja alles jetzt rein hier. Zack. Ich würde erstmal sagen, hol es mal ein. Gucken wir nochmal nach dem Essen. Sind wir schon fertig. Es geht ja ruckzuck. Ähm... Interact. Wir sind aber nicht voll ausgeruht. Das ist auch blöd. So, jetzt hatten wir noch... Was ist... Moonshine. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall eine Aufbewahrung für Wasser. Tool for... Ferments and... Refine Alkohol. Alkohol will ich nicht. Water. Ah, hier. Brauchen wir einen Eimer. Und wir müssen noch einen Eimer bauen. Weil wir haben nur einen. So, dann brauchen wir bestimmt wieder... Ich suche wieder... Wo ist denn wieder mein ganzer Kram? Das sind Gedärme. Was ist denn das Feuer aus? Oh, wir haben Kohle. Aber das soll mich jetzt nicht jucken. Wir haben ja genug Essen. Und ich hoffe, das hält sich ein bisschen. Scrap Metal wollte ich. Scrap Metal. Ich habe gerade überlegt, was wollte ich? Was, Heinrich? Was wolltest du? So. Und wir brauchen ein Eimerchen. Ein Eimerchen, bitte. Wackelt's. Wackelt's. Also noch selber. Klack. So. Jetzt können wir doch... Und dann brauchen wir... Okay. Und wie man das rumpacken soll... Und den erstmal... Hier so... In die Ecke stellen. Dann können wir da zur Not noch ein, zwei vom bauen. Ja, genau. Packen wir in die Ecke. Klack. Bauen, bauen, bauen. Und schon ist der Tag fast rum. Geht der Rucki, Zucki? Ach nee, geht gar nicht. Scheiße, wir haben keinen Stein. Ach, kacke Heinrich. Wir haben keinen Stein. Nur noch zu wenig. Wir brauchen acht Steinen. Acht Steinen, acht Steinen, acht Steinen. Dann brauchen wir einmal... Machen wir auch nochmal schnell. Feuerholz wollte er. Und ein Stein, glaube ich, war er. So, guten Morgen, Welt. Ähm, ich brauche einen Stein. Habt ihr irgendwo einen Stein? Das wäre ein Stein. Das ist da vielleicht ein Stein. Nein. Ich will doch nur... Oh, hab ich überhaupt diesen scheiß Bären getötet? Ich würde mal interessieren, ob der noch lebt oder da noch liegt. Fuck, ich weiß es echt nicht mehr. Was war es doch da hinten? Sieht alles nach Stein aus, aber kein Stein zum Einsammeln. Du aber. Nein. Er wollte mich doch vor Honig piepeln. Bei den Bergen? Da, 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 da. Jetzt, Stein. Ich dachte, er wäre hier irgendwo in der Nähe gewesen. Ich wollte mal wissen, ob der hinten ist ein neuer. Äh, den würde ich jetzt nicht unbedingt schlachten. Aber wenn der alte noch da gewesen wäre. So, die Leiche zumindest. Hätten wir da vielleicht mal gucken können. Ob wir da was rausholen könnten. Aber vielleicht ist die einfach aufgelöst. Die Leiche, denke ich mal. Wird sich die Leichen da irgendwie nach Zeit X auflösen. So, dann bauen wir weiter. Jetzt fehlt mir Scrap Metal. Alter. Wir brauchen wieder Loot. Wir brauchen echt Loot, ne? Loot brauchen wir. Alter, ich habe kein Scrap Metal. Doch, da. Oh, Gott sei Dank. Scrap Metal. Und ran. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Ach, du Scheiße. Dann brauchen wir da auch wieder Tinder, Streichwilzer. Habe ich noch Streichwilzer? Ja. Ich habe auch kein Tinder mehr. Also Bracks Funktionieren irgendwie als Tinder. Ich habe das nicht ganz gerafft, aber wenn es funktioniert, äh, funktioniert es. Da ist noch ein Eimerchen. Den brauchen wir mal. Ah ja, und dann können wir quasi... Achtung, er kennt das aus dem Menü. Oh, wir müssen... Komm, wir hacken. Wir holen erstmal Wasser. Und... Ja, es wird ein kurzer Tag, glaube ich, weil, ähm... Ich glaube, hinter unser Haus war irgendwie ein See, ne? Ja, wenn wir kaum Ausdauer haben, da... Weiß nicht. Müssen wir gucken. Wir haben jetzt sieben Stunden geschlafen. Also in echtem Leben, wenn ich arbeite, ähm, da schlafe ich maximal... Ähm... Also in der Woche fünf bis sechs Stunden. So, da hat er hier... Ist in dieser komischen Nebel-Apokalypse. Da kann der ja ausschlafen. Davor haben wir acht Stunden geschlafen. Das weiß ich. Und, ähm... Heute hatten wir sieben Stunden. Ah, die haben noch gebratenes Fleisch. Wie gesagt, mich würde mal interessieren, wie lange sich das hält, auch wenn es gebraten ist. Ähm, Weiße Forest. Ich weiß, ich verweise häufig... ...auf dieses Spiel. Ähm, hatten wir eine mögliche... Hilderbottel? Ich dachte jetzt eher hier so rein. So geht. Wäre schlimm, wenn nicht. So. Ähm... Was haben wir noch am Platz? Wollen wir mal mit dem... Bäume hacken, machen wir mal zu Hause. Ich hätte vergessen, was ich sagen wollte. Alles mitnehmen, was wir unterwegs finden. Aber ich finde jetzt schon, wir finden irgendwie zu wenig, ähm... Baumrinde. Das Baumrinde hätte ich... ...gerne noch mehr. Warte mal, hier oben waren wir auch noch gar nicht. Vielleicht finden wir da auch noch ein Helmchen. Tschubi-tschub-tschub-tschub-tschub-tschub-tschub-tschub-tschub-tschub-tschub-tchub-tschub. Ja, bei dem einen hatten wir ja was gefunden. Nee, hier ist nichts. Schade. Schade, schade, schade. Ja, wir müssen echt mal... Ich glaube, am nächsten Tag schnappe ich mir das Auto und dann büßen wir einfach mal links die Straße runter. Gucken, was wir finden und haben Spaß. Ja, Bäume sind auch bisher nicht nachgewachsen. Aber die Dinger bleiben liegen. Das ist ganz gut. Oh, ich glaube doch. Ich weiß, glaube ich, noch, wo es ist. Egal. Jetzt hacken wir hier nochmal einen ab. Einen theoretisch müsste es echt viel Rinde geben, oder? Einmal haben wir schon. Das kann es nicht sein. Ja, wir brauchen zwar nur einen, aber echt ein Witz. Ich glaube, ich weiß noch, wo das haben. Auf, zu gehen. Äh. Einmal ist aber nicht. Safe Water. Da. Okay. Also, wir müssen nochmal kurz Feuerholz machen. Vielleicht nicht hier noch Holz, weil das so lustig war, dass ich hier reinpaste. Ja. Können wir hier noch die Ästchen reinpacken. Laub. Fantastisch. Hier machen wir wieder Feuerholz. Ah, nicht tropfe. Ich tropfe dich auch gleich. So. Jetzt aber. Hä? Ne, wir haben da 10 Liter drin. So. Das ist jetzt zurück. Denke ich jetzt mir mal. Anmachen. So. Jetzt tröpfelt das da so raus. Und ich hoffe, wir haben dann später Wasser. Und kann ich aus das Menü raus? Fantastisch. Ähm. Bärchen, Bärchen, Bärchen. Ach, die werden auch schlecht. Essen wir nicht. Ach, und durstig sind wir auch. Alter, was sind wir denn mal nicht durstig? Wir brauchen echt Wasser. Ah. Ich will die Lidl, man. Lass mal reichen. Joa, was kann man denn noch bauen? Hm. Was ich nicht raffe. Hier ist irgendwas für Leder, ja? Und hier auch. Basteln das jetzt einfach mal. Ja, ja. Daraus machen wir jetzt mal Sticks. Achtel Dritte. Und der Mist wieder weg. Ach ja, viel Dank. Können wir da zu denn... Ach noch. Und dann brauchen wir zwei Seile. Einen Seil hatten wir hier. Ein Seil... Och, da waren noch mehrere. Okay. Das bauen wir aber draußen hin. Weil im echten Leben stinkt Leder. Also Gerberei hat ja immer gestunken. Ich habe auch kein Fleisch mehr, oder? Oder? Zum Aufhängen. Oh, und kann man damit irgendwas noch machen? Kann man Gedärme vielleicht beraten? Ist ja eh aus. Was kommt? Hocken... Ach, nee. Kein Kochbott. Wo haben wir den Bären gekehlt? Kann ich Gedärme aufhängen? Irgendwas klicken. Machen. Ah, das geht. 0,5, 0,4. Okay. Das geht. Und was macht das Wasser? Tröpfelt. Ey, das geht auch. Wunderbar. Also wir kriegen echt Wasser. Das läuft. Wir brauchen nur diese scheiß verfickte... Baumrinde. Wie massig. Das ist, äh, ja. Hier wird immer sauber... Würde ich das saubere Wasser reintun. Wenn da 100 Liter reinpassen, kann ich das ganze Ding hier nutzen. Ja, was können wir noch machen an dem Tag hier? Das ist ja richtig produktiv. Wir müssen morgen echt... Also wir müssen früh schlafen gehen. Damit wir für den nächsten Tag ausgeruht sind. Und dann... echt Sachen suchen. Sachrennen suchen. Was können wir denn noch bauen? Kochbott. Ich habe mir gerade keine Lust zu. Das ist aber absolut nicht wichtig. Haben wir hier irgendwas noch, was wir bauen müssen? Finde ich zumindest. Ah, ja. Kohle und dann kann man Streichhölzer machen. Das ist schon mal geil. Streichhölzer selber bauen. Geil. Eine Crowbar wäre vielleicht nicht... Okay. Um Türen aufzukriegen, die wir... Ach ja, dafür brauchen wir diese Gedärme. Ah, that's right. Da steht es sogar. Dann brauchen wir noch ein Seilchen. Und acht Sticks. Okay. Ähm. Acht Sticks. Das geht ja auch immer ziemlich schnell. Obwohl die hacken, wo uns kommen. Der wird halt noch im Baum gefällt, also. Aber wo hatte ich verdammt nochmal den Bären getötet? Jetzt, wo ich weiß, dass wir da Fleisch aufhängen können und dass es vielleicht nicht schlecht wird oder trocknet. War das nicht irgendwie an so einem Weg? Es wäre wirklich schön, wenn der noch da liegen würde, aber... Ich weiß es leider echt nicht mehr. Und der lag... Da ist er ja. Gucke mal. Was ist das denn? Animal Fett. Ach, komm. Kann man auch nicht stacken, ne? Oh, jetzt geh mal weg da. Jetzt hab ich auch so viel Scheiße dabei. Was können wir denn noch machen? Ach so. Der Rest geht schon gar nicht mehr. Hard to use. Good to use für den Kopf. Best to use für den Kopf. Aber... Ich hätte lieber jetzt gerne Gedärme genommen. Na gut, dann nehme ich nochmal diese ein, zwei Fettsachen hier. Nehmen wir das nochmal zurück. Leiche doch noch gefunden. Ah, dass man Fett nicht stacken kann, Alter. Ist ja auch wieder Kraut und Rüben. Und das geht ja auch... Wird ja auch schlecht. Tierfett. Was kann ich daraus machen? Wo Kerzen wachsen? Ich weiß es nicht. Leder wird auch schlecht. Willst du mich verarschen? Warum soll Leder schlecht werden? Hm. Also ich weiß nicht. Das mit dem Schlechtwerden und so, das ist... Das geht mir ja auch irgendwie ein bisschen zu schnell. Da ist was da ist denn drin. Ah, genau. Pack ich da mal. Jetzt haben wir Platz. Jetzt brauchen wir ganz viel Rinde. Das Holz ist halt nur Abfallprodukt. Wir brauchen Rinde. Scheiße. Näht sich nicht mehr auf. 16 Uhr. Das ist... Zweimal Rinde. Yeah. Toll. Geil, dass ich nichts hier noch im Weg. Sollen wir jetzt auch beiseite rollen? Nein. Nicht. Mache ich jetzt einen Holzstapel. Bitte nicht auf den Weg. Ich möchte hier noch mit meinem Auto langfahren können. Und ich kann mir auch vorstellen, das Holz wird auch schlecht. Pass auf. Wenn man gammelt das hier weg. Nehmen wir einfach das Unterste. Das kann ich jetzt nicht nehmen. Okay. Gut. Holz ist halt nur ein Nebenprodukt. Ich glaube, mehr als ein Baum werden wir auch gar nicht mehr zu Fall bringen. Ne. Sieht sich nicht mehr auf. Ich glaube, wir schaffen noch nicht mal den Baum hier. Mensch. Übertreibt er aber ein bisschen. Okay. Also mit so einer Arbeitseinstellung kommst du nicht weit im Leben. Mit meinem Freund. Toll. Oh doch. Ja. Haben ihn doch noch zur Fall gekriegt. Boah. Die vier Rinde haben wir gekriegt. Hier Stück ist das der Hammer. Ist das der Hammer. Dass man das Holz nicht nachbearbeiten kann und da die Rinde abmachen kann. Oder dass wenn man das Holz bearbeitet, vielleicht noch Rinde bekommt. Oder Äste. Oder wenn die das so geil machen mit dem Bären. Dass man da die Pfoten bearbeiten kann und den Kopf. Warum machen sie das selber nicht mit dem Baum? Dass man, wenn man ein Baum fällt, natürlich. Keine Ahnung. Wenn man mehr Äste haben will, kriegt man mehr Äste raus. Oder halt. Keine Ahnung. Auch vielleicht noch unterschiedliches Werkzeug nutzen kann. Um die Rinde abzukriegen oder so. Aber nein. Das geht natürlich nützt. Zwei bringe ich mal wieder mit rein. Und einen kleinen Holzstapel hier. Sonne geht schon wieder runter. 16. 17 Uhr. Mensch. Noch nicht mal. Mach das hier. Oh, wir haben schon über einen Liter. Juhu. Und wieso kann ich davon 28 aufeinander packen und hier nur 18? Das ist alles irgendwie willkürlich. Das ist doch alles blün und schön. Ach, wir brauchen mehr Sticks. Komm mal her. Machen wir das Tier komplett. Komm. Sticks brauchen wir ja eh häufiger. Ja, mit dem Bogen warte ich nochmal. Also ich möchte jetzt nicht diese bisschen Rinde, die wir haben, dafür opfern. Weil, na gut, da haben wir auch noch zwei drin. Aber hier... Na gut, mit 10 Liter sollten wir erstmal rankommen. Aber da können wir schön auf Reserve machen. Machen wir noch was zu essen und zu trinken. Ja, trinken haben wir. Und wo ist das Fleisch? Ach, eins habe ich da dabei. Jetzt haben wir erst recht Durst. Boah. Wieso habe ich da jetzt... Verletzungs-Symbol. Ne, ist weg. Okay. Ja, jetzt können wir mal schlafen gehen. Irgendwie nix... Na ja, ein bisschen geschafft haben wir ja. Ein bisschen. Ein bisschen. Hauen wir uns rein. Und ähm... So, wird's. Komm, schlaf mal neun Stunden. Nee, immer noch nicht. Gut. Drei kriegst du noch. Mehr nicht. Den einen Backbalken, ja. Wir haben jetzt zwölf Stunden geschlafen und wir kriegen den unteren Balken nicht voll. Das ist ja ein bisschen traurig. Kleine Augen. Kleine Augen. Kleine Augen. Nicht, dass ich hier was falsch verstehe. Mein Englisch ist nicht... Ja. Ermüdung, Erschöpfung ist das. Wie man das auch immer aussprechen mag. Das ist auf jeden Fall Müdigkeit. Hm. Zwölf Stunden Schlaf. Und der ist noch nicht voll fit. Also wenn ich immer zu viel schlafe, dann ähm... Bin ich eh den ganzen Tag müde. Aber wenn ich zwölf Stunden am Stück schlafen würde, ich werde den ganzen Tag müde. Also ich glaube, da hilft auch kein Kaffee. Hier ist auch so viel Zimmer frei. Vielleicht kann ich mir hier ein paar Leute einladen, Party machen. Oh, der brennt immer noch. Fünf Literchen. Aber wir haben noch. Gut, ähm... Tja, langes Video oder kurzes Video? Ich würde sagen, ich mache hier einen Break. Und, ähm... Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann schauen wir uns weiter die Nachbarschaft an. Also, haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.